Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ganze Stadt ist positiv Tiefbesessen, kann man sagen, oder? Ja, total. Also ich habe erst gedacht, Wagnis, schauen wir mal, wie wir da zusammenwachsen, zusammenstehen und man hat richtig gemerkt, dass die ganze Stadt mit drauf hiebert. Es machen ja über 68 Institutionen, auch aus Bad Wünnberg mit und wenn man gesehen hat, wie viele Wünnberger hier heute Morgen, also aus dem Stadtgebiet schon alle da waren, also das war eine Freude und übrigens, das ist es auch nochmal neben dem Sonnenschein, wo auch das Herz, also im Herzen auch nochmal die Sonne scheint, weil so viele mitmachen. In zwei Jahren hast du uns ja schon irgendwo einen Bürgermeister, der die nächsten Bewerbungsunterlagen abgibt oder feiern wir erstmal heute und hier? Ich habe schon Bewerbungen, ja. Ehrlich? Und kann man schon mal was sagen, hier so ganz investigativ hier vom Radio gefragt, so ganz Ja, ich will doch nicht raus damit, weil wir sowas noch besprechen. Ich weiß nicht, ob mehrere Bewerbungen noch eingehen, aber ein Bürgermeister hat mir schon gesagt, er wäre dazu bereit und das ist einfach toll. Du bist meine Heimat, du bist meine Heimat, du bist mein Dorf, Du bist meine Heimat, 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 Google Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.